aha kuhschubser der erfolg hätte ich auch schon wenn ich dir den erfolg vorher schon hätte hühnerschubser habe ich auch hühnerschubser schweißschubser schafsschubser schafscherer habe ich aber ja auch schon hühnerschubser habe ich nicht leid doch dann habe ich auch schon da sind wir noch schafe schafe ausgeleuchtet sogar ich bin sehr stolz auf dich aha ich kann mitdenken wenn ich mal was dass du mal sagst was macht ohne dass man diese sagen muss alle erzieht ja unser aus alter das ist ja aussieht voll weiß wir haben ein weißes haus stimmst das sogar starke hochlaufen auf ein bisschen was jetzt ja ich hätte mal mal hier hohes gras in der höhle wo es passen habe ich schon oft gesehen aber ich schaffe das waren wir nicht geschoben werden auch nicht erfriertes wasser da drin wollen wir auch grau wolle oder nur weiße haben wir kommen nein man muss nehmen muss andere das wahrscheinlich hat sich was nicht versteckt ja und also zwar nicht um jetzt hier dann ein bisschen ich sicher da unten mal ein bisschen ab nur ich sehe mein fadenkreuz also jetzt nein das fadenkreuz ich kann ja eigentlich auch mal langsam heute wir heute haben da ist kein stil hier vor hoch konzentriert von hofer hoch konzentration vor heim ich halte den enden empfindet ich halte für nächsten dann ein konzentriert bei mir als karton bis an die bereit aber nicht liegt nicht überlegt mich jetzt geht es wieder aus das ist unser berg glaubt ne wie viel sand habe ich jetzt 64er steck reicht nicht auch mehr sand mehr sand hier im außenmeer gefischt was ist es hässlich aus richtig behind wie aber ich bin jetzt in so einen blöden brummen gefahren oder was das ist ja ne das ist schon wieder nacht ja das ist jetzt zumindest bisschen dunkler und jetzt habe ich hier die scheren mit einer schere in den drehen sie sich auch ganz hart von hinten nein aber er ist ganz hart von hinten richtig in den anus rein hier aha sogar drei baller wolle raus drei baller wolle welt weltwelle wolle mal denn ok meine schaufel schreibe eine dumme idee jetzt hat das gleich kaputt ich habe nicht genug eisen dabei nur als im ofen ist noch irgendwo ganz viel ja wir haben ich habe da in der küche noch aber ich habe es nicht dabei halt Welle wolle wolle mal denn nein wenn ich da hin gesprünge starb ich bestimmt die auf jeden fall ganz cool aus hier so alles wir können das bild ja einblenden ich mal ein screenshot und dann blenden wir das wird sein bei dir soll ich mal machen ja noch mal noch mal fast das kann man jetzt das blenden wir dann jetzt eine und futsche habe ich mein weg ja wenigstens meine welt mensch dabei ne berg bench berg bench mache ich mal wir haben ja eine wüste auf stein dann kann ich ja stehschlitzhacke machen junge ich gebe die eisen wenn ich gleich da bin eisen haben wir in der truhe 64 ich habe bei mir 461 ja aber muss es jetzt hier machen alles hier holi 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 hier es sieht auf jeden fall nice aus die treppe ist ja so richtig hässlich aus bei mir ich glaube ich muss die treppe noch mal ändern aber das braucht ihr erst nächsten tages muss erst mal ich hoffe ich sehe dich erst mal ein bisschen schlafen hier immer wieder den alten weg die treppe den alt bewerten und mein stuhl knackst hier und mein hände ist warm weil es am lüfter hockt wie schön spannend das ist wie schön wäre diese welt ohne uns ist wahrscheinlich schneller oben oder ja man oder ja ja weil sie auf schon da gut geschlafen so ein bisschen wolle in die chest hier da ist ja noch eine wolle boah ich will hier ein fensterchen achten das ist ja auch hier noch gold gut alle pendüse ja 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 ich habe das wasser vergessen soll ich den eimerchen runterschmeißen ach ich habe ja kein eimer versuche grad zu optimieren wo willst du denn hier noch wolle machen doch ok das mache ich mal oder nein erstmal brutze ich den sand an und nicht dass er verbrennt ich bin nämlich durch die tür mehr oder weniger durch bocksticht durch die tür backe backe türe backe türe der bäcker hat die röhre was ich habe so viel eisen backe türe weil das backe backe türe der bäcker hat geschwüre das war von mir so soll ich nochmal singen na ja noch mehr nach das habe ich war gebacken türe der bäcker hat geschwüre schnauze alle pendüse das haben wir es wenigstens so schön kann man den schneemann scheren das hat sich eine shop gefragt mach ich mal ne ach okay ach warum geht heck es nicht weil du requiring ist es ist aber keine gute legten doch ich mache eigentlich mehr da haben wir ja auch wasser wenn ich denke dass ich die ganze zeit darunter gelatscht bin und ist ja kein wasser noch untersuchen weil ich gestoppt hat du scherz geht's weil mich das genervt hat man bauen warum darf ich mein wasser dein wasser ist wasser ist das lebens elixier du darfst es nicht töten ich mache mir so ein bisschen wolle eine wolle wolle mal 2000 mal ich darf das wasser nicht töten hahaha wir kriegen das nicht mal einmal hin so da lehnt hoi 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 trallola packe packe türe der bäcker geschwüre schnauze sonst begehe ich jetzt gleich selbst so was muss ich erstmal ausdenken treff ich das wasser da unten immer jetzt aber nicht mehr kann bock ich fange jetzt erstmal an unser lagerhaus zu bauen unser lager domizil das ist ein domizil ein haus eine villa also eine eine und ich wundere mich warum das nicht durch schmort weil keine kohle drin ist ja auch nicht alter ich fange gleich an mein spruch zu sagen du mein lieb hier schnauze weint ich finde es einfach nur so geil macht eine hälfte ist geil und weint schreien ich hatte weintee oder packe türe der bäcker hat geschwüre das reicht nicht ab hast du mir mich oder das hören ich habe mich nicht im stich aber warum sollte man dich hassen du bist von einem grund auf ein guter mensch vielleicht nicht von grund auf aber wir haben es ja an trainieren wir hätten noch mal versucht der schöne schrift anzudrehen anzudrehen die wollten im schönen schrift andre zu gewollt dieses bei mir nicht machen aber die haben sie schon alles auf ja ich nicht so ist drauf ja mir kann alle super wir haben wir ganz noch mehr bei mir haben sie sich dran gewöhnt hast du noch glas übrig vielleicht nein weil ich brauche das nämlich für unser gewächshaus wir bauen jetzt erst mal ein lager oder junge ich habe ein eisenschwert ja also weil ich da gleich runter ich habe ein eimer ich habe einen eimer ach so hätte ich einen putin gekriegt tralalala kann man auf glas überhaupt chests setzen was soll ich das wissen das habe ich noch nie ausprobiert ich habe auch gerade keine chest bei mir hast du noch wolle nein habe ich schon alles gebaut in der truhe nein habe ich schon alles gebaut ach man hat sie noch wolle wenn ich es an das andere stück angliedern können ich einfach dein eigenes sens bauen weil ich jetzt im ballpult ist immer noch aus den sten und man schon bei der arbeit leider nicht zugucken kann ich bin der einzige der hier was schafft ey ich habe gerade unseren abgang gebaut also sagen nichts den den du vorher zugebaut hast die ab wenn ich vor jungen sprich ist hier runter wo komme ich denn raus das hast du schon das habe ich eher hatte das ist die jungen wo einfach wo ein wo ein nein jetzt habe ich ihn hier ich habe es einfach drauf eher weniger doch ey wer hat dich im nachkampf besiegt mit den bloßen fäusten aber es war Glück nein war das Glück auf deinen Händen machen wir dann rein und jetzt bitte bevor du dann wir machen dann eine aufnahmepause den dort halt stopp wir bauen aber nur den Boden aus Glas ne echt ja den Rest machen wir aus das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren zwei glas drei glas ich brauche glas ist groß genug hier keine ahnung machen wir noch einen zweiten stopp drauf ok leue wir machen jetzt ein aufhören ich komme jetzt hoch stopp bleib von mir fern ich habe eine tür hier das tür schaffe ich darüber auch aber ok denn nein wir kommen jetzt doch mal ich brauche noch ein bisschen fertig bauen dafür brauche ich noch 30 glas ja junge ich habe hier 35 glas ja ich brauche 3 aber gib her nein ich brauche mehr schon da gefrieden 16 glas was für ein geiz halt ich will das jetzt darauf schaffen das war jetzt richtig hey ich glaube das habe ich jetzt alles ok dann nein würden wir jetzt eine aufnahme woher wir begeben uns hoch in das Rufhaus genau haus wir geben uns in den Waldpool ich back in der Tür ja warte warum musst du die Tür wieder zumachen Alter weil ich kräftig bin ok damit verabschieden wir uns Tschüssi Koski bei hässlichem Surren Tschüssi Koski mit ich bin ich bin das ist ja das ist das ist